Den Code rausgefunden, den Kopf rausgefunden, wollte ich erst sagen, den Kopf-Code, Code-Kopf, wie auch immer, ich weiß, was ich jetzt hier eingeben muss, wenn der Eric mir, ja, nicht die Birne wegschießen möchte, der schießt ja eher in den Bauch, soll er mir halt den Kopf wegschießen, das wäre ja nicht so schlimm, Headshot, von wegen, so. Time to decide. Warum denn Druckausgleich? Egal. Warum die Stimme überhaupt her? Ich dachte, die kommt aus dem Helm vielleicht. Das, das macht dich noch mehr schuldig. Nein, es ist, weil ich nicht human bin, dass ich nicht sein kann. Was? Und? Meine Blut? Es ist weiße, nicht weiße. Also, was? Erinnerst du, wie Mira hatte ein paar Haut und Blut unter ihren Nählen? Wait, ich glaube, du wirst nicht, wegen der Erinnerung, aber... Nein, nein, du bist richtig. Wenn ich versucht, um Mira zu retten, habe ich sie gesehen. Dann hast du... Ich glaube, die Haut und Blut sind die von der Körner. Bevor Mira stirbt, ich glaube, dass sie ihre Besten gemacht hat, um zu resistieren. Ich verstehe. Ich... Ich glaube, du bist richtig, dann. Dann... Du hast sie nicht. Aber nein! Es wird nicht verändern, dass du existierst ist, dass du wunderschön bist! Ich meine, komm mal! Warum ist ein Robot hier? W-w-w-w-w? Weil... Zero brought me in. W-w-w-w-? Zero created me, so I could support him in this game. Ich wusste es! W-w-w-w-w-w! W-w-w-w-w! Erich! Ich werde ihn töten! Bitte, calm dich, Erich! W-w-w-w-w! W-w-w-w-w! Wenn was er gesagt ist, dann wird er uns able to sagen, wer Zero ist. Das ist der Gedanke! Gostet ihr... Weißt du... Die einzige Null ist der Eric selber hier. Jetzt muss ich es eingeben. Die Frage ist dann auch, warum wird dieses Spiel gemacht? Es geht ja immer darum, dass diese Shift-Möglichkeit immer mit lebensgefährlichen Situationen zu tun hat. So, also ähnlich wie in den Spielen, die davor waren, weil oft Leute drin sind, wie im ersten Arcane, im ersten Teil, die das gemacht hat und dann Zero war, um sich selber zu retten. So, und jetzt hatten wir das schon hier, genauso haben wir eine eindeutige Antwort über die Card. Wer ist Zero, also wer hat dieses Spiel gemacht und zu welchem Zweck? Es wird einer, der... Ich überlege Card4G verschiedene Optionen durch. Und ganz komme ich noch nicht drauf. Hm... Das einzige, was Sinn ergibt, dass es halt der andere... Es muss irgendjemand sein, der halt aus der Zukunft kommt im Prinzip. Das müsste ja dann, ähm... Fai... Wie ist das nochmal? Wer war das nochmal? Was? Wie haben sie die anderen nochmal genannt? Ich muss jetzt kurz mal reinschauen. Mir fällt's nicht ein. Mir fällt's nicht ein. Das war von dem... Das muss aus dieser... Aus der Stelle mit den Zwillingen sein. Dass der männliche Zwilling der ist, der das Spiel gemacht hat, weil er aus der Zukunft kommt. Das muss aber sein mit dem Wissen halt. Das ist immer dieses... Dass wir es aus bestimmten Gründen machen. Jetzt suche ich grad die Stelle. Sind Bilder manchmal das Richtige zu wählen? Ist auch nicht ganz so einfach. Das ist das A-B-Game. Ihr Bruder hieß Delta. Dann war's... Ach... Okay. Danke dafür. Ich war nicht mehr ganz sicher, ob es Omega oder Delta war. Mal kurz gucken. Ist das dieser Entscheidungsbaum gewesen? Helmet Code. Correct. Ich weiß ja, es gibt sogar zwei Möglichkeiten. Okay. Ist auch interessant. Probiere ich mal Delta einzugeben. Dass ihr tatsächlich jetzt die Szene raussuchen müsst und nochmal durchspuren. Zero. Zeroes... Name ist... Sogar zwei Möglichkeiten. Das ist ganz interessant. Also das eine ist, dass halt die eine Idee, die ich habe. Dass es der Bruder ist. Oh. Dramatische Pause. Was war... Dramatische Pause. Was war... Dramatische Pause. Ich habe... Dramatische Pause. Das ist ja auch. Ja. Oh ja. Ihr dürft ihr nicht wissen. Weil ihr transportiert in diese Geschichte. Dramatische Pause. Wird ihr aufhörst? Sean? Das alte Manns Name ist Q. Das ist richtig. Das war das, was er an der DECOM. Ja. Ich erinnere ihn. Und Mira. Sie hat immer diesen Mann Q. Sie auch. Dann... Sie hat ihn. Sie hat ihn. Sie hat ihn. Sie hat ihn. Sie sind völlig falsch, Sean. Mein realer Name ist Delta. Sie hat ihn. Ich dachte, dass du dich sei. Okay. Okay. Und hier sind wir. Alle von euch hier in der DECOM facility leben. Ähm... Die... Die alte Mannschaft in der Schraubung auch? Aha. Ihn Name ist Q. Es sollte sicher sein, aber er kann nicht gehen. Er kann nicht sehen oder hören. Er kann nicht hören. Nein. Aber dann... Warum? Nein. Nein. Die Mannschaft in der Schraubung? Ja. Die Mannschaft in der Schraubung sind. 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 Und sie all vernehmt. Die Mannschaft in der Schraubung sind. Und sie alle sind dort. Ich bin... Ich bin... Historie? Hey, Sigma! Geh raus! Huh? Just hurry and do it! There is no need. This is what you wanted to see, correct? You bastard! Hold on! Don't do it, Eric! If you shoot, we won't be able to ask him anything! Huh? So, was it you who killed Junpei too? No, Mira was the one who did that. What? She was, in a sense, a collaborator. She was a necessary element of my plan. But it wasn't that I gave her a specific set of orders. I simply let her roam free and do as she pleased. Oh, I did exempt her from the drug injections. Then why? Why'd you kill Mira? She's a serial killer. The heart ripper. Many innocent people lost their lives because of what she's done. I only gave her her due punishment. What? What are you talking about? Stop bullshitting me! It's the truth. In another history, you, and Diana, and Sigma, were all murdered by her. Shut up! You're just making shit up! I will never believe you! There's no way my angelic Mira would ever... No, Eric! Don't shoot! We haven't asked him everything yet. Shut up! I don't care! The X door will never open again! It'll open. It'll open. Of course it will! What? Uh... So... Should we ask him how? Right. The old man. Delta. The old man. No. It's okay. I see. I can see it now. We need this boy. I mean, Sean. He needs to get direct access to the central control computer. Is that right? Uh, but... Nicht noch eine Zahlenkombination. Ich hab mir extra gemerkt. Braucht man gar nicht. Wo kommt ihr jetzt her? Was? 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 Was ist das ich selber? Was ist das für eine Scheiße mit dem? Der war die ganze Zeit öfter mal in Szenen und sie haben einfach nicht beachtet oder was? Was ist denn Fachsinn? Ich hab mir die Zahlen nicht genau gemerkt. Bestimmt braucht man die in anderen Verzweigungen. Ja, danke dafür. Hallo. Was will ich nicht nochmal? End 2. Ja. Ey meine Herren. So, jetzt haben wir noch ein Ende offen im Flowchart. So, genau. Jetzt hab ich ja hier Delta eingegeben. Das kann ich ja noch eingeben. Probier mal irgendwas anderes. Aber was anderes fällt mir überhaupt nicht ein. Zero's real name. Ich kann irgendwelche komischen Sachen probieren. Aber es ist wirklich nur rumgeraten. Es ist auch sogar, dass ich nichts eingeben kann. Ich kann mit WASD da durch, aber ich kann nicht die Sachen eingeben. Egal. Sondern mit Sigma. Der ist noch da im Raum. Oh, geht sogar. Sigma, ist das wahr? Das ist wahr? Das klingt so wie es ist? Ich hab gedacht. Du hast nur einen Namen ausgelöst, nicht? Ich haue das Kind der Person. Die meisten. BÄM! Jetzt geht es auch nicht so richtig weiter. Das klingt so gut. Ich bin... I'm coming to you, Mira. Okay. Okay. Gut, dass Sie drüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, ist es eine neue Szene irgendwo? Nee. Guck mal in den Flowchart. Das einzige ungelöst ist, zu sagen, auf der linken Seite, das noch. Das ist der fuck. Ich weiß nicht, kann ich denn hier irgendwas machen? Don't press. Spring mal da hin. Danke. Wo geht es jetzt weiter? Ich muss irgendeine Zufall... Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Entscheidung mehr, die offen ist. Ich habe keine Szene, die ich noch nicht kenne. Und ich weiß, hier geht es nicht weiter nach diesem Filmchen. Ich brauche praktisch irgendeine Zufallsszene. Nach der es jetzt weitergehen kann. Aber es gibt ja auch kein anderes. Ja, was ist das hier? Wir machen den Dekontaminationsraum auf. Und dann geht es um die... Wer den Knopf zuerst drückt, die Kombination habe ich auch eigentlich gemacht. Numbers cleared, 4 von 4. Da haben wir alle... Press und don't press. Ja, wie Party like it's 99 schreit, ist das vielleicht das mit den Säureduschen? Ja, genau. Das ist das mit den Säureduschen. Da haben wir aber alle möglichen Kombinationen gemacht. Das ist immer don't press. Das ist mir woanders. Haben wir beides gemacht. Press und don't press. Ich weiß jetzt nicht, wo die anderen Entscheidungen sind. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Hier sind es genau, die Kill-Buttons. Das sind jetzt Verzweigung immer. Entweder drückt das eine Team ja, nein, wenn es E drückt, sterben die anderen. Dann ist das nächste Team dran, ja, nein. Dann führt das zum Tod und dann ist das letzte Team dran mit ja oder nein. Und wir haben also alle Kombinationen ausprobiert. Also man hat dann alle Permutationen aus Knopf drücken, Knopf nicht drücken. Natürlich in der zeitlichen Reihenfolge, aber man kann ja, das macht mich, also das macht mich jetzt gerade, ich verstehe jetzt nicht, wo ich jetzt eine andere, ich habe alle Entscheidungen getroffen oder auch nicht getroffen oder alle Zufallselemente in verschiedenen Versionen gesehen. Und man sieht es hier auch, ich habe ja keine einzige Entscheidung mehr, die offen ist. eine gelockte Szene hier, eine hier und eine hier. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt schon ganz gerne weiterspielen. wäre jetzt nicht so verkehrt, würde man sich denken. Also ich habe jetzt hier tatsächlich, ich habe ja schon öfter mal so Stellen gehabt, wo man so ein bisschen gedacht hat, was mache ich denn jetzt? Und dann hat man schon irgendeine Idee gehabt und konnte eine Szene nachgucken und Zufallseignis machen. Aber jetzt hier, ich habe doch alles gemacht, bis auf das. Und hier kann ich auch nicht anders, ich habe auch jeweils hier bei den Knöpfen beide Entscheidungen schon getroffen, wie man ja auch an den, an den Enden sieht, da ist ja jedes Mal was passiert. Genau, press the button, press the button. Halligalli meint, was meint, meint, was mit den Szenen ist, die keinen Rand haben. Ah, stimmt. Das sind vielleicht Szenen, die ich noch nicht komplett zu Ende gespielt habe. Du hast recht, da ist ja noch das mit der, mit dieser Box auf dem Tisch. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Gute, gute Beobachtung. Komisch, dass es nicht im Global Flowchart auftaucht, aber du hast natürlich recht. Das sind, glaube ich, Szenen, die man noch nicht komplett zu Ende gespielt hat. Eben zum Beispiel das mit der Kiste. Ob das die gleiche Kombination ist, die man eben, habt ihr euch die gemerkt? Die Kombination, die man, ähm, brauchte eben, um den Quantencomputer, um die Abdeckung da wegzumachen? Ja, hier ist, da ist zum Beispiel jetzt hier noch was offen. Egal. Gucken, ob ich da eine Zahl eingeben muss. Das ist jetzt genau, das ist diese Box, die kennen wir auch noch. Vielen Dank an Halligalli-Man, dass du gut aufgepasst. Ich habe mich ja zu sehr auf den Flowchart jetzt verlassen, anstatt auf die Szenen nochmal zurück mit oder ohne ran. Da kann man nur ein Passwort eingeben. Da müsst ihr jetzt wieder wissen, wie die Vorgeschichte ist. Diese Forcebox, gab es irgendeinen Hinweis, was man in die Box eingeben muss? Was ist die Box? Ach, but I will impart to you something very important. A spell to open Pandora's Box. Pandora's Box? Wait, then could it be? Could it be? Yes. Okay, also ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwas über die Pandora, über die Kiste der Pandora, in Pandoras Box jetzt irgendwie praktisch außerhalb des Spiels wissen muss. Das glaube ich nicht, sondern das wird im Spiel schon erwähnt sein. Ist da Pandoras Box schon mal vorgekommen? Das heißt übrigens Büchse der Pandora auf Deutsch richtig, weil ich vorhin Kiste gesagt habe. Also ist das die Büchse der Pandora, wie macht man die auf? Und Zero hat anscheinend in irgendeiner Zeitlinie das schon mal genannt, weil erinnert sich da so halb dran. An die Büchse der Pandora, mir fällt es echt, guck mal die anderen Szenen nochmal an, mir fällt es, also spontan fällt es mir nicht ein. Nein, could not be, mir fällt es nicht ein. Fuck! Das ärgert mich jetzt. Und ich weiß nicht genau... Ja, mir ist gleich, ja. Guck mal, ich muss hier irgendwas Sinnvolles sagen. Trichert kommt jetzt der erste Vorschlag, aber ich würde mir jetzt ganz gerne auch logisch erschließen hier, aber mir sagt mir, ich müsste dann wissen, wo es, wo es auch herkommt. Könnt gern Tipps geben, welche Szene. Also wenn ihr wisst, in welcher Szene wir nochmal darauf kommen, dass wir es auch nachvollziehbar machen. Ah, ah, das kennen wir aber. Ha, das war jetzt ein bisschen... Das war jetzt, die Szene wollte ich eigentlich gar nicht, aber... Das ist auch nicht schlecht. Manche kommen auch ungewollt weiter. Ah, es hat eröffnet. Jetzt müssen wir alles, was wir hier machen müssen, ist, dass wir hier die Kugel inserten. Also, wo ist diese Kugel? Hm, ich denke... Wenn wir die oike Zeit eingeboren hier... Was? W-W-W-Waite. Was für die Kugel hat ein irgendwelchen drin mit dem Kugel für das? Um... Ich sollte das dann nur machen. Du wirst dann auch gut verstehen. Ah, ah... das war 40 jetzt habe ich jetzt nicht mehr gemerkt die andere zwar mit 9 1 ich komme noch drauf 4 3 ich komme nicht mehr drauf ich muss ja gerade im twitch hat hat mir das glaube ich von aufgeschrieben ich scroll mal hoch ich komme jetzt ich kann sie echt gerade nicht merken zu lange her der twitch hat geht auch nicht mehr ganz mit bestimmt wisst ihr es noch 9 1 am ende 6 1 ja danke halligalli mein herz 6 1 4 0 4 0 9 1 danke dafür kein druck aus einfach sagen geht doch warum auch immer ein druckausgleich da stattfindet klonk moin eric du mal wieder jetzt aber auf ihn warten Ich will doch das Kabel noch anschließen. So wird es doch nichts. Ja, jetzt die Formen ausfügt deine Augen. Also, das ist nicht so, dass du nicht ausfügt, oder was du? Ich könnte das gleiche sagen, mit dir. Also, ich... Nicht viel fahre mich, ich bin einfach nicht dieser Typ. Du könnte bist ein Martian, für all ich mich interessieren. Ja, ich war überraschend, als ich erst herausbekommen habe. Ich dachte, mein Herz war in meinem Throat. Du hast keine Herz! Hey, warte mal. Habt ihr gesagt, als du zuerst herausgefunden hast? Ich meine, es hat mir zuvor passiert. Im Vergangenheit. In einer anderen Geschichte. Ah, einer anderen? Ich erinnere mich alles. Ich erinnere mich alles, als ich sah, was ich vorhin sah. Ich erinnere mich. Ah, der Teil. Ich erinnere mich. 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 Das ist eine verrückte Rede. Das ist eine verrückte Rede. Natürlich nicht! Oh. Ich erinnere mich nicht. Ich denke, ich sollte alles erklären, dann. Bitte? Starte an der Anfang. Bevor ich beginne, muss ich eine kleine Sache machen. Und was hast du gerade gemacht? Äh, nur ein bisschen was. Und wo kommt die Stimme her? Wow. Breaking the fourth wall, oder was ist hier los? Oh, ich gucke, jetzt kommen wir zu Pandora's Box. Sie haben verändert. Hm. Das können wir sehen. Aber es sieht, dass die Message verändert hat. Ja. Ich habe die Systeme erst mal angefangen. Es sagt, Force Quit, Programm auf Standby. Um zu initiieren... ...two key items müssen sich erstellen. Was das überhaupt bedeutet? Wait. Es scheint, dass es etwas anderes ist. Die key items sind... ...A Mother's Mementos? Ich frag mich was, was sie könnten. Ich frage diese, was sie sein? So.. Das heißt, wir müssen sie suchen? Das bedeutet, dass sie hier irgendwo, irgendwo, irgendwo her? Entweder wenn das stimmt... Ich denke, wir haben das Zeit. Das ist ein Dramatis. Alles klar. Jetzt ist es Zeit für Sie zu schlafen. Wenn Sie nächstes wohnen, dann haben Sie keine Erinnerung von diesen letzten 90 Minuten. Pfeifliche Träume. Das war, glaube ich, jetzt relativ wichtig. Das sollte ich mir sogar noch mal anhören, weil ich das jetzt gerade nicht so verfolgt habe. Welche zwei Items spielen denn eine Rolle? Das muss ich mir wirklich noch mal angucken, so blöd das jetzt klingt. Leider, warum ist eigentlich mit der... Das ist bei allem noch mit drin? Egal, ich muss noch ganz kurz gucken. Computer Activation Hand, genau. Blablabla, blablabla, okay, jetzt. So, was? Das ist ein Hinweis auf die Box. Was ist das denn eigentlich? Warte, es scheint, dass es etwas anderes ist. Die Schlüsse sind... Eine Mutter's Mementos? Ich frage mich, was das könnte sein. Also, das heißt... Okay. Whatever. Das ist auch witzig, dass das gar nicht auf dem Flowchart auftaucht. Oh, jetzt habe ich hier eine Sache gespielt, die danach statt... Okay, also da sind wir auf jeden Fall schon ein bisschen weitergekommen. Jetzt gibt es noch ein paar Entscheidungen, wo noch Sachen offen sind. Einmal das mit der Kiste, wo ich das Passwort nicht habe. Das ist die Entscheidung. Und dann jeweils das, wo die Münze auf der Sache ganz am Anfang. Das gucke ich mir noch mal an. Das ist bei allen drei gleich. Und dann versuche ich das mit der Kiste, rauszufinden. Klicke ich mir schon auch noch hin. Mir fällt es... Also im Moment habe ich noch keinen Hinweis, wenn ich nicht irgendwas total vergessen habe. Wie man auf das Passwort kommt mit Pandoras Büchse. Ich weiß es gerade nicht. Aber das werde ich auch alles noch rausfinden. So schwer wird das ja wohl nicht sein. Und dann...